Nachdenkseiten Die kritische Website Das Wikipedia-Problem ist auch ein Journalismusproblem. Von Jens Berger Gemäß den eigenen Kriterien sollen die Artikel der Wikipedia im Idealfall neutral und unparteiisch sein. Quellen, deren Neutralität angezweifelt werden kann, sind demnach nur in den seltensten Fällen als Quelle geeignet. Gleichzeitig gehören laut Wikipedia-Kriterien jedoch renommierte gedruckte Zeitungen samt deren Online-Ablegern zu den bevorzugten Quellen für Belege innerhalb der Wikipedia. Diese beiden Kriterien stellen jedoch ein Paradoxon dar, wenn in diesen bevorzugten Medien nicht neutral und unparteiisch geschrieben wird. Und dies ist in Zeiten des grassierenden Haltungsjournalismus eher die Regel als die Ausnahme. So bekommt die Meinung des Berufsstands der Journalisten in der Wikipedia eine enzyklopädische Relevanz. Willkommen in der postfaktischen Zeit Wenn man sich den Wikipedia-Eintrag des österreichischen Biologen Clemens Abay anschaut, stellt man mit Verwunderung fest, dass etwa die Hälfte des Eintrags nicht etwa aus enzyklopädischen Einträgen, sondern aus Zitaten aus Artikeln über Abay besteht, die in Zeitungen und den Online-Ablegern klassischer Medien wie der Deutschen Welle erschienen sind. Mehr als ein Achtel des Eintrags macht dabei ein einschlägiger Artikel einer freien Journalistin namens Mira Landwehr in der Zeitung Jungle World aus, indem sie sich vordergründig kritisch mit den Aussagen Aweiß zur Impfstoffentwicklung auseinandersetzt. Nun besitzt Frau Landwehr, die nach Angaben der Taz Geschichte und Germanistik studiert hat und nun als Autorin und Journalistin arbeitet, jedoch keine nennenswerten Expertisen auf diesem Gebiet. Muss sie auch nicht, denn in ihrem breit in der Wikipedia zitierten Artikel geht es nicht um Fakten, sondern darum, dass Frau Landwehr der Meinung ist, Kritik an der Impfstoffentwicklung sei eine Verschwörungstheorie und als solche irgendwie rechts. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung und sei sie noch so skurril. Warum die Meinung einer jungen Germanistin enzyklopädischen Wert für den Wikipedia-Eintrag eines Biologen haben soll, ist jedoch eine Frage, auf die es keine überzeugende Antwort gibt. Normalerweise hätte Landwehrs Meinung auch keine Chance, mit einer Zitierung in der Wikipedia geadelt zu werden. Doch da Landwehr ihre Meinung nicht auf Facebook oder im Kommentarbereich eines Online-Mediums, sondern als Journalistin im redaktionellen Teil der Jungle World veröffentlicht hat, sieht dies laut den Kriterien der Wikipedia plötzlich anders aus. Nicht der Inhalt, sondern allein die Quelle zählt. Gerade so, als sei ausgerechnet die Jungle World ein Garant für faktentreuen, neutralen Journalismus. Und der Wikipedia-Eintrag von Clemens Awey ist dabei nur ein Beispiel unter vielen. So besteht der Wikipedia-Eintrag der Nachdenkseiten zu stolzen zwei Dritteln aus der Kategorie Rezeption, in der die Gegner der Nachdenkseiten sehr ausführlich zu Wort kommen dürfen. Da wird dann auch ein Artikel des Journalisten Martin Reh aus dem Meinungsressort der Taz ausführlich zitiert, der unter anderem anführt, dass Albrecht Müller sich von Ken Jebsen interviewen lässt und Daniele Ganser ohne kritische Nachfrage seine Ansichten verbreiten lässt. Welchen enzyklopädischen Wert solche inhaltslosen Meinungen haben, bleibt dabei, wie so vieles, offen. Aber das ist ja egal, Reh ist schließlich Journalist. Breiten Raum bekommt im Wikipedia-Eintrag natürlich auch die anonym verfasste Polemik, die die Süddeutsche Zeitung im September 2019 in ihrem Streiflicht gegen die Nachdenkseiten und ihren Herausgeber schoss. Ein anonymer Autor? Eine Polemik ohne jede Spur von Neutralität und Unparteilichkeit? Nach den eigenen Regeln der Wikipedia wäre so etwas nicht zugelassen. Da der Troll, der diesen Text verfasst hat, jedoch nicht auf Facebook, sondern in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung seine Duftmarke hinterlassen hat, sieht es freilich anders aus. So wird aus einem Troll-Kommentar eine Quelle mit enzyklopädischem Wert. Wäre es nicht so traurig, könnte man schallend lachen. Da wünscht man sich doch gleich den guten alten Brockhaus zurück. Das Problem der Scheinrelevanz der Meinungen von Journalisten geht jedoch weit über derlei Polemiken und Herabwürdigungen von Andersdenkenden und Kritikern bestimmter Positionen hinaus. Es gibt wohl niemanden, der heute noch die Position vertritt, Journalisten seien per se zur Neutralität verpflichtet. Moderner Journalismus ist Haltungsjournalismus. Journalisten haben zu allem eine Meinung, häufig dieselbe und noch häufiger geprägt von den Blasen und Echokammern, in denen sie sich bewegen. Seit ihrem Bestehen weisen die Nachdenkseiten auch regelmäßig darauf hin, wie Interessengruppen Einfluss auf die geschriebenen und gedachten Meinungen der Journalisten nehmen. Man schaltet sich bei den wichtigen Themen selbst gleich und vertritt dabei oft Meinungen und Positionen, die bestenfalls ein kleines Spektrum des gesamten Bildes repräsentieren. Man findet die USA und die NATO toll, hält Russland für einen Feind, steht hinter der Lockdown-Politik der Regierung, mag Angela Merkel, findet, dass es uns doch ganz gut ginge, der Markt alles regele und die Demokratie daher doch bitte marktkonform sein solle. Diese in den großen Medien dominanten Meinungen sind jedoch nicht nur bei den Nachdenkseiten umstritten. Hier soll es an dieser Stelle jedoch nicht zu einer Analyse der einzelnen Sachthemen kommen, sondern um die Frage, wie sehr die Rudelbildung der Meinungsmacher im Journalismus die Neutralität der Wikipedia gefährdet. Um sich dieser Frage zu nähern, reicht ein Blick auf den Wikipedia-Eintrag des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny. Mehr als die Hälfte der 247 Einzelnachweise stammt aus Medien wie dem Spiegel, der Zeit oder der Süddeutschen, die für ihren antirussischen Kurs bekannt sind. Nicht wenige dieser Quellen sind dabei ebenfalls reine Meinungsartikel. Deutlich wird der Spin des Wikipedia-Eintrags allein schon dadurch, dass das gesamte Kapitel, in dem es um Strafsachen gegen Nawalny geht, mit der Überschrift »staatliche Schikanen« überschrieben ist. Sogar in der englischsprachigen Wikipedia ist das Kapitel korrekterweise mit »Criminal Cases«, also »Strafsachen« überschrieben. Nicht nur in diesem Fall ist offensichtlich, wie sehr die Meinungen einiger weniger Journalisten den Inhalt der Wikipedia prägen. Wenn die wichtigsten Quellen weder neutral noch unparteiisch sind, kann natürlich auch die Wikipedia weder neutral noch unparteiisch sein. Ein enzyklopädisches Werk, das in weiten Bereichen nur ausgesuchte Meinungen wiedergibt, ist keine Enzyklopädie, sondern nur eine Momentaufnahme des aktuell im Journalismus vorherrschenden Meinungsbildes und als solches überflüssig. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.